Patienten können mit dem Auto direkt vor die Tür der Tierarztpraxis Bosso gefahren werden. Keine Stufen behindern sie. Eine Wartezeit wird in klimatisierten Räumen bei einer Tasse Kaffee stressfrei vergeben. Kinder vergnügen sich gern in der Spielecke. Aufgeregte Vierbeiner können in verschiedenen Wartebereichen getrennt werden. In der Praxis von Kleintierspezialisten werden Untersuchungen im eigenen Labor vorgenommen. Ultraschall, auch des Herzens, EKG, Röntgenuntersuchungen, auch HD-Aufnahmen, ermöglichen eine schnelle Diagnose. Homöopathie, Akupunktur, Energiemedizin und Fachkräfte werden von einer Fachärztin vorgenommen. Umfassend besprechen Tierärztin, Tierärztin, Tierärztin und erläutern die Tumpe. Für Ihre Kumpel ist die Praxis aus rund 365 Tagen und um die Uhr dienstbereit.